Musik Malzenspitze mal abbrechen, man kann nicht sagen. Ja, dem Musikverein ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, jetzt kommt der Maibaum bald in seine richtige Position. Die städtischen Arbeiter haben heute Morgen schon viel Arbeit gehabt, den richtigen zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir das auch mal angesehen, da im Wald den prächtigsten herauszusuchen. Und das wird immer schwieriger, weil ja teilweise viele Fichten gefällt werden und anderen Bäumen Platz machen müssen. Aber das hier ist ein ganz stattlicher, denke ich. So, die Technik muss also auch mit dabei helfen und schont die Beifall für diese. Der Herr Ströhn hat das maßgerecht.